So, selbe Mathe, ihr habt es gesehen, ihr wisst was das heißt, wir sind in einer Aufnahmesession. Sendiger Premium Promo Pack, auch das haben wir nie aufgemacht. Auch da werdet ihr einen Arena Code am Ende kriegen. Uh, Aschaya, Seele der Wildnis, Jäger der Judges. 5 Mana XX, Stärke und Widerstandskraft von ihr sind gleich die Anzahl an Ländern, die man kontrolliert. Und Nicht-Spielstein-Kreaturen, die ihr kontrolliert, sind zusätzlich zu dem Untertyp Wald. Wenn ihr jetzt mal einen Spaß haben wollt, schreibt mir bitte in die Kommentare, ohne es nachzugucken, wenn ihr es wisst, oder wenn ihr es nicht wisst, könnt ihr raten, was passiert, wenn man die Ligen hat und einen Blatt wohnen. Das würde mich mal interessieren. Keine gar nicht Kriegsführer, die hatten wir doch gerade eben in der Lund voll. Die hatten wir doch das letzte Mal in der Lund voll. 3 Mana 3, 3, andere Krieger erhalten plus 1, plus 1. Und Phoenix aus der Asche, Teros Beyond Death, ist auch schon lange her. 3 Mana 2, 2, fliegend Eile, der kriegt plus 2, plus 0 für 3 Mana. Und ihr könnt ihn für 4 Mana aus dem Friedhof casten, indem ihr 3 andere Karten aus dem Friedhof exiled. Und wenn er aus dem Friedhof casten wird, kriegt er plus 1, plus 1. Nicht schlecht, echt nicht schlecht. Und der Arena-Code, wir versprochen, ihr könnt schauen, wenn ihr gerade noch nicht so viele Leute zugeguckt habt. Ich habe nicht so viele Leute, die Arena spielen. Und ja, vielleicht habt ihr damit einfach noch einen Code abgegriffen. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Wenn nicht, tut mir leid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Blacksit. Ciao, ciao. Bis dann, euer Blacksit. 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 Vielen Dank.